Ihr solltet euch sofort einloggen, denn nur heute gibt es einen wunderbaren, fast schon wunderbarsten Rumpf für euer Schiff im Reda-Shop. Kostenlos, also für Ingame-Verum. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Nardfrag. Hier auf dem Kanal gibt es ungeschnittene Mini-News und Co. Bleibt also sehr gerne mit dem Abo dabei. Und heute bei Reda gibt es in der täglichen Auswahl noch drei Stunden lang den Drauger-Rumpf. Und den Einhaier, Steven-Kopfgut, das ist das wöchentliche, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Und ja, den solltet ihr euch besorgen, wenn ihr könnt, wenn ihr möchtet. Drauger-Rumpf, ganz geiles Ding, aka Drauger, ich kann das Wort nicht aussprechen. Und wir werden jetzt mal gucken, wie das Ganze aussieht. Nur noch heute in der täglichen Auswahl. Ganz geiles Ding, meiner Meinung nach. So, einmal hier kurz durchgerusht. Lass mich deine Ware sehen. Und ich bin sehr gespannt, was der denn hergibt, wie der optisch uns überzeugt. Hatte ich noch nicht, das wollte ich gerne mit euch teilen. Weil das Drauger-Schiff ist ein Ding, was ich ganz gern hätte. Aber ich sehe es halt nicht ein, 5 Euro dafür auszugeben. Finde ich ziemlich unnötig, aber kostenlos. Ey, why not go for it? Und deswegen, kleine Warnung an alle, die das noch möchten. Geht bis ungefähr 15 Uhr am heutigen Tag, dem 22. Gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Flussfolgen. Segel kann nicht gesetzt werden. Ey, zeig mir das Segel, Mann. Naja, wie auch immer. Ich glaube, wenn wir jetzt noch 2 Meter vorgehen, dann können wir es sehen. Ist eine ganz geile Sache, meiner Meinung nach. Und ja, fetzt, meiner Meinung nach, ein fetziges, feuriges Rumpfteil für euer Schiff. Könnte heute noch absnacken. Sieht sehr, sehr verkommen aus, schon fast. Hat so ein bisschen ein Exoskelett. So ein Außenskelett. Gut, die Schilde, die passen natürlich nicht. Das ist hier so der Rest von dem Aussehen aus Asgard, beziehungsweise der Asgard-Jotunheim-Story. Das kriegt man, wenn man das abschließt, diese Isu-Looks. Finde ich noch geiler, ehrlich gesagt. Aber nichtsdestotrotz hier einfach mal küssenlös. Und viel umsonst wollte ich euch dran teilhaben lassen. Vielleicht bringt es euch was. Viel Spaß damit. Bis später. Euer Peter. Und natürlich hier nochmal die Glocke aktivieren. Ansonsten weiß ich gar nicht, was dann passiert. Ciao. 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 Vielen Dank.